Hallo meine lieben Waldbewohner und schön, dass du dabei bist. Hier ist ja einiges runter und drüber gegangen in den letzten Tagen, aber es hat sich dann ja noch alles hinbiegen lassen. Schade nur, dass ich sehr lange am letzten Towncraft Video saß und jetzt nicht alle das re-up-geloadete Video mit der richtigen Tonspur sehen konnten. Aber heute geht es erstmal wieder um spannende Geschichten rund um Life in the Woods. Ich gebe nochmal den Tipp, dass man das Video wieder sehr gut im Hintergrund laufen lassen kann. Also einfach einen Spiel aufmachen, vielleicht Life in the Woods selber und das Ganze nebenbei laufen lassen. Jetzt halte ich aber auf meine Klappe und überlasse den anderen beiden das Wort und wünsche noch viel Spaß. Hi und willkommen zur zweiten Aufnahme unseres kleinen Life in the Woods Podcast. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid und auch alle, die neu dabei sind. Wir haben beim letzten Mal ein bisschen über unseren Einstieg in Life in the Woods geredet. Und wieder mit dabei ist der Schulle. Hallo! Und ich, der Knut vom Flaschenzucker.ep. Ja, wo wollen wir denn anfangen? Willst du mal erzählen, was dein Lieblingsmod ist? Genau, wir hatten beim letzten Mal schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich war da so ein bisschen auf den Trichtern hängen geblieben. Einer meiner Lieblingsmods ist auf jeden Fall Pams Harvestcraft als gigantische Nahrungsversorgung und als gigantisches Rezeptbuch. Und das ist schon richtig cool. Also da habe ich mich richtig gut reingefuchst. Ich habe sehr viel Zeit am Anfang damit verbracht, diesen Server aufzubauen. Und sag mal ganz kurz, wollen wir irgendwie über den Server mal kurz reden? Können wir machen, klar. Also nachdem wir mit Life in the Woods angefangen haben, ging es ja relativ schnell auch Richtung Server. Ich habe mich da krass für eingesetzt, dass wir dann unseren Server fertig gemacht haben. Und dann hatten wir auch endlich wieder ein richtiges Projekt da drauf, wo wir zusammen dran arbeiten konnten. So ein bisschen diesen LP-Charakter. Aber da hatte ich ja noch extrem viel Zeit und konnte mich auch sehr viel drum kümmern. Gerade am Anfang. Und da ich ja auch so oft verhungert bin, musste ich mich natürlich sehr viel mit der Nahrungsmittelversorgung beschäftigen. Und das hat mir richtig gut gefallen. Einerseits, also wir haben ja in so einem Wald angefangen. Das heißt, der musste komplett gerodet werden, weil man ja Unmengen an Nahrungsmittel brauchte, um sich zu versorgen. Naja, das war ja schon fast Dschungel, wo wir da gestartet sind. Abgefahren. Da war ja Baum an Baum. Da war ja eine dichte Baumdecke. Das hat ja sehr, sehr lange gedauert, um das alles da rauszukriegen. Plus ich bin dabei immer fast am Verhungern gewesen. Und konnte dann nur Stück für Stück weiter neue kleine Felder aufbauen. Und das ist gar nicht so viel. Ich habe mir das jetzt mal angeguckt. So viele Felder sind das gar nicht. Aber ausreichend und mittlerweile alles im Oberfluss einfach da. Und das Ganze kommt ja aus Pam's Harvestcraft, wo dann die vielen, vielen verschiedenen Nahrungsmittel eben halt zusammengeführt werden. Ja, das ist schon geil. Aber ich muss sagen, ich glaube, man vergisst relativ schnell Beom So Plenty. Was ein super, mega geiler Mod ist, weil der unheimlich viel mit dem Spiel macht. Du hast ja plötzlich mal was ganz anderes, was du bei sonst nie in irgendeinem Update oder sowas, hast du mal neue Sachen gekriegt. Aber nur bei Beom So Plenty hast du endlich mal eine neue Welt gekriegt. Die macht es echt viel schöner, ne? Das ist halt das Ding. Also die hat jetzt von der Nahrungsversorgung hatten ja am Anfang die falsche Mod drin, beziehungsweise die falsche Version. Das heißt, die Beom So Plenty, oh, da kann ich ein bisschen Fachwissen reinbringen. Die Beom So Plenty Bierenbüsche haben nicht richtig funktioniert. Das heißt, die konnte man einmal abernten, wenn ich mich nicht irre, und danach nur noch mit Knochenmehl. Und Knochenmehl war jetzt am Anfang auch nicht in Überfluss da. Das brauchte man noch für Kartoffeln oder so einen Quatsch. Ja, aber da gab es ja noch mehr Sachen. Da gab es ja auch noch ein paar Tomaten und sowas. Das ist ja alles nicht gewachsen. Naja, die ganzen Rezepte, die nicht funktioniert haben damit. Und alle haben sich aufgeregt. Ich ebenfalls. Warum das alles nicht funktioniert. Und das waren auch die hässlicheren Sachen, muss ich sagen. Die Alken sind alle etwas unschicklich. Und das ist die dritte Tomate, wo du es gerade erwähnst, ne? Ich muss sagen, das ist aber, finde ich, wenn du das alleine nimmst, so gegen Minecraft gestellt, passt sich das echt gut an. Ne, auf der Welt, keine Frage. Beom So Plenty macht alles viel, viel hübscher. Und diese komplette Weltzusammenstellung, also, wie denn was aussieht, wo dann überall so Kleinigkeiten passieren. Ich glaube, vieles kriegt man auch einfach gar nicht mit. Das ist schon großartig. Du musst auch keine, läufst auch nicht nur 200 Blöcke und hast dann jedes Biom einmal gesehen, sondern du musst echt mal eine Weltreise machen, damit du wirklich mal alle Biome gesehen hast. Und selbst dann, nach zwei Wochen nur rumreisen, denkst du dir, jetzt mache ich mir mal das hier sesshaft, läufst 300 Meter weiter und plötzlich findest du ein ganz neues Biom, was du vorher noch nie gesehen hast. Ja, aber auch für viele Biome, 70 Biome oder so kommen dazu, ist richtig abgefahren. Also, es ist auf jeden Fall krass. Klar, also, da viele mit bei, die ähneln sich einfach nur, ne? Da hast du dann das eine Biom, da sind dann halt Laubbäume mit, äh, braunem Laub. Und das ist dann das Herbstbiom. Und es ist aber im Prinzip wie ein ganz normaler Eichenwald. Ja, aber wo du das sagst, es gibt mehr Bäume, das ist auch schon so ein krasser Faktor, ne? Einfach irgendwie acht neue Holzsorten oder so sind dabei und das verändert auch die komplette Umgebung so krass. Allein diese großen Mammutbaum-Biome, richtig krass. Oder diese riesigen Tannen, wo jeder, glaube ich, Probleme kriegt, wenn er in die Nähe von den Dingern geht, wenn er den Shader hat. Die Leckbiome, 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 ja, das ist der Hammer. Da muss man sich weit, weit von wegstellen und als kleiner Zusatz-Tipp die Dinger am besten gleich am Anfang ausstellen. Die bringen einem letztendlich auch nichts und man kann's echt knicken. Also, Leifendoods ist nicht dafür ausgelegt, dass man da durchgeht. Und was meinst du, ist ausstellen? Ja, du kannst, in der Indie kannst du einstellen, dass die gar nicht erst spawnen. Also, die kannst du direkt ausstellen. Ich weiß nicht, ob das so richtig funktioniert. Ich hab damit, nachher musste ich ein bisschen rumspielen, um bestimmte Sachen zu verändern und um das Ding auch auszustellen. Aber ich glaub, auf meinem Server hab ich auch zwei, drei von den Biomen in relativ naher Nähe. Ja, das ist dann immer ein bisschen nervig. Aber was immer noch das beste Biom bei Bioms und Plenty ist, ist Unterwasser. Die Unterwasserwelten. Ja, endlich gibt es da mal irgendwas. Nee, nicht unbedingt die Strukturen, sondern du hast endlich mal Algen, Fische. Vorher lag da nur Kies. Es gab da nur Kies auf dem Boden. Nee, das stimmt, ja. Kies, Sand und, äh, wie heißt das, Thron. Nee, da hast du recht. Also, Unterwasser ist auch einiges passiert. Also, man darf natürlich nicht vergessen, dass die Unterwassertempel auch extrem cool sind. Ich weiß gar nicht, ob die mit Bioms und Plenty oder Ruins Mod, oder ob das zusammenhängt. Auf jeden Fall greift das ineinander, würde ich sagen. So, und das passt sich ja alles sehr stark an. Ja, vor allen Dingen war das immer langweilig. Du hast ja dann gedacht, ah, cool, ich baue jetzt mal eine Unterwasserbasis in Minecraft. Dann hast du sie gebaut und hast dir gedacht, ja, toll, sieht irgendwie scheiße aus, wenn außen immer nur alles blau ist. Dann kann ich mir genauso gut aus La Peslazuli ein Haus bauen. Habe ich genau dasselbe. Und jetzt ist es aber so, du hast ja unten irgendwelche Korallen, die irgendwie leuchten. Die ganze Zeit schwimmen da Fische rum. Dann kommt mal ein Hai vorbei oder ein Wal. Das ist einfach mega geil jetzt geworden. Ja, da geht auf jeden Fall jetzt einiges ab. Das stimmt, das ist eine komplett neue Welt quasi da unten. Deswegen muss ich sagen, ist Bioms und Plenty eines der ranghöchsten guten Mods in Life in the Woods, muss ich ja sagen. Ja, das verbindet sich ein bisschen mit extra Bioms XL, was auch noch mit dabei ist, was viele neue Steinsorten auch mit reingebracht hat. Ja, das ist alles so ein bisschen vermischt. Da sind auch wieder Pflanzen, Pflanzen, Bioms und Plenty, viele neue Pflanzen drin und extra Bioms XL auch viele neue Pflanzen und auch ein bisschen neue Nahrungsmittel, glaube ich. Und ach, das ist alles so ein bisschen, es funktionierte auch nicht so gut. Aber sah schick aus. Knut, sag mal, wie hieß dieser Mod, wo du Alternativen bekommst, etwas zu craften, wie zum Beispiel die Enderperle mit diesem umfangreichen Ding. Das ist Vegan Option. Ja, Vegan Option, auch ein mega geiler Mod. Ist Hammer, ist Hammer. Auch weil der dir neue Möglichkeiten bietet, überhaupt irgendwas zu machen, dass du keine Hühner mehr brauchst oder so. Ich meine, wie viele Blöcke hat dieser Mod neu ins Spiel eingefügt? Vier oder so? Und du hast 20 neue Möglichkeiten, einfach mal irgendwas zu machen und diese ganzen Sachen, die du vorher immer in den Müll geschmissen hast, die haben jetzt plötzlich einen Sinn bekommen. Es sind einige Sachen neu dazu gekommen. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, was es mit Tofu und dem auf sich hat oder ob das direkt Palm Service Craft war. Nee, das ist alles Palm Service Craft. Ist das Palm Service Craft aus dem Tofu? Okay, aber zum Beispiel Kunststoffsachen zum Beispiel, dass du jetzt eine, ohne ins Neter zu gehen, kannst du dir so eine Blaze Rod machen. Genau. Also so eine Lohnroute. Genau, die Lohnroute und die Enderperle sind wahrscheinlich am wichtigsten gerade am Anfang. Und die Verzauberungstische, die Enderperle auch. Ohne ins Neter zu gehen, kannst du dir dann schon, kannst du dann direkt zum, ins Ende gelangen, was eine geile Maßnahme ist. Ich will trotzdem ins Nether gehen. Wir haben gar nicht über das Nether geredet. Du hast, du hast, du hast Beoms Oplenty erwähnt und gar nicht über das Nether geredet, was da alles passiert ist. Ich bin da so selten drin, ich brauche es überhaupt nicht mehr, ich muss überhaupt nicht mehr reingehen. Aber es ist so großartig geworden. Es ist so viel cooler. Der Shader macht das zwar so ein bisschen Map, weil diese großen Dungeons, die skalieren nicht so gut mit dem, mit dem Shader. Ich habe den auch mal ausgestellt da unten im Nether. Muss ich jetzt mittlerweile teilweise machen aufgrund von Bugs. wirklich konkret den Shader. Sonst gibt es richtig Ärger, leider. Aber, gerade wenn du den ausstellst, sieht das Nether ja noch, das ist so groß geworden und die Biome sehen so cool aus mittlerweile. Ja, du hast endlich mal Biome da drin. Das gab es ja vorher auch nicht. Und da gab es ja vorher auch nur zwei verschiedene Blocksorten. Und jetzt hast du da auch mal Erde oder brennende Erde und all so ein Schnickschnack. Und ja, die Fleischbiome und Knochen. Die sind zwar ein bisschen OP, muss ich sagen, also ein bisschen overpowered, weil du da echt extrem viel Knochenmehl rauskriegst. Nur von einem dieser Stalagniten, sag ich mal, die da aus dem Boden kommen. Oder aus der Decke, tatsächlich. Die Tieten auch aus der Decke. Ja, also ich muss sagen, geile Idee. Du hast aber recht. Also das mit den Knochen geht gar nicht. Das ist wirklich so ein Gamebreaker. Das ist eine der Sachen, die mir tatsächlich gar nicht gefallen. Das ist viel zu OP. Wenn die so ganz leicht wären, wenn die so ein bisschen was bringen würden, irgendwie 1, 2, 3, 4 oder so ein Zwischenprodukt. So Knochenstaub wird dann zu Knochenmehl gemacht. Und dann brauchen wir richtig viel. Und dann wäre es gut. Aber gleich erstmal irgendwie, ja, ich kriege irgendwie 30 Knochenmehl für den einen Block. Und da stehen noch 100. Eine Alternative wäre natürlich, man sagt einfach so, ich mache jetzt das Knochenmehl an sich ein bisschen schwächer. Weil du hast ja auch noch irgendwie zwei Kompostsorten, die jetzt mit dazugekommen sind, die du machen kannst. Da sage ich dir dann auch, ja, ich könnte jetzt hier meine Kompostmaschine, die da automatisch läuft und mir Kompost herstellt, die kann ich laufen lassen. Da brauche ich auch keine Knochen mehr. Ja, aber dann brauchst du ja erstmal eine automatische Kompostmaschine. Ja, aber das ist dann wieder so eine Herausforderung. Und jetzt einfach ins Nettergehen, da so ein Knochensegment da auseinanderzunehmen und das dann mit nach Hause zu nehmen, hast du erstmal wieder ein halbes Jahr Ruhe. Ja, das ist halt echt doof eigentlich. Weil die Kompostherstellung, gerade wenn du die Dinger hast, die sich drehen, die Dinger, die wir am Anfang benutzt haben, unheimlich aufwendig. Krass, die Arbeit. Ja, wobei das aufwendigste davon ist ja noch diese Salpeter-Sammlung. Ja, oh Gott. Also wenn du nicht unbedingt eine Wüste in der Nähe hast, hast du da echt schlechte Karten. Gott, da bin ich so weit gelaufen und hab so viel abgebaut für. Und da finde ich dann aber wieder schön, dass diese beiden Kompostsorten dann auch unterschiedlich stark sind. Ja. Dass zum Beispiel der mit dem Salpeter so extrem wirkt wie Knochenmehl und dafür ist dieser andere, den du machen kannst, eben halt absolut schwach. Nee, ist schön ausgeglichen. Und schafft nicht wirklich viel. Ja, das ist eine schöne Ausgeglichenheit, dass man sagt, entweder du machst eine Masse von dem Kleinen, was aber eben halt so eine Autofarm fast schon voraussetzt. Oder du nimmst es eben halt mit deinem Drehkompost Salpeter-Kram. Ja, und die Autofarm, da haben wir auch ziemlich, ziemlich lange dran rumgedoktert, um die überhaupt zum Laufen zu kriegen. Ich glaube, die haben wir auch zusammen einfach komplett gebaut. Also die hat auch keiner alleine irgendwie gebaut. Da haben wir uns noch hingesetzt und dann nachher so ein Vierer-Ding oder so entwickelt, wo man dann richtig... Weil der Kompost ist schön und gut, dieser Kompost... Wie heißt der? Bin? Nee. Ja, ähm... Also dieser Haufen, also diesen Komposthaufen-Macher. Ach Gott, ich... Ach, Komposthaufen-Macher! Ich habe mir jetzt gerade den Namen wirklich empfangen. Also dieses Teil, was... Der Komposter. Der Komposter, ja, der Komposter dafür, genau. Danke. Hätte man auch wissen können jetzt in dem Moment. Ähm, der arbeitet sehr, sehr langsam. Das heißt, man braucht viele am Anfang oder man baut sich so eine Autofarm und lässt sie eben halt lange laufen und hat dann auch gleich zwei Autofarben oder so am Anfang, weil der extrem langsam arbeitet. Das ist so ein bisschen das Problem von dem Ding. Ja. Aber ist auch gut. Soll ja nicht OP sein. Anders als das Knochenmehl aus dem Nether. Eben. Genau. Das macht das... Also das Spiel so ein bisschen... Das zieht das Spiel so ein bisschen in die Länge, aber nicht extrem. Und wenn du viele so eine Sachen hast, was das Ganze so ein bisschen in die Länge zieht, ist das eigentlich ganz angenehm. Ist auf jeden Fall auch eine coole Aufgabe, sowas zusammenzubauen. Wir brauchen ja auch echt viele Ressourcen, um überhaupt diese Komposter zu bauen, also diese Autofarmen zu bauen. Du brauchst bestimmte, ähm, Bambussorten, du brauchst ganz viele Kolben, du brauchst eine Uhr und so weiter. Du musst schon ein bisschen Verständnis davon haben. Macht auf jeden Fall richtig Spaß, sowas zusammenzubasteln. Ja. Ja, und mir ist noch was richtig Spezielles eingefallen, aber ich glaube, das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Wir sind schon wieder gut in der Zeit. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was eure Lieblingsmods sind. Das würde mich auch mal interessieren. Vielleicht habe ich ja auch einfach mal, und Knut wahrscheinlich auch, ähm, vielleicht haben wir ja irgendwas übersehen. Irgendeinen mega geilen Mod, den wir eigentlich die ganze Zeit benutzen, wo wir es eigentlich schon, ja, fast verdrängt haben. Wäre auf jeden Fall spannend, vielleicht hat auch jemand noch eine kleine Geschichte dazu. Dann gucken wir uns das gerne mal an. Und damit würde ich das jetzt auch hier erstmal beenden. Hat richtig Spaß gemacht. Tschulde, vielen Dank, dass du dabei warst. Nein, dafür nicht, dafür nicht. Ich wünsche allen auf jeden Fall noch eine richtig geile Zeit mit Minecraft live in the woods. Au, tschüss. So, da bin ich wieder, der Knut von jetzt. Und ich hoffe, euch hat die Aufnahme genauso gut gefallen wie mir. Da waren auf jeden Fall ein paar spannende Punkte dabei. Und wenn es so ist, lasst mir gerne eine Bewertung da, das supportet das ganze Projekt. Und bist du neu auf dem Kanal, kannst du gerne auch abonnieren, dann kriegst du immer die neuesten Videos. Schaut doch gerne nochmal in die unterschiedlichen Playlists, falls es euch interessiert. Und damit würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Viel Spaß mit live in the woods.